Möchtest du auf individuelle und zugleich ausdrucksvolle Art und Weise deinen Schreibstil verbessern? Bist du auf der Suche nach einer Möglichkeit mit deinen Texten zu glänzen, so dass dessen Leser, seines Dozenten, zukünftiger Arbeitgeber oder der Adressat eines Liebesbriefes dir vor Verzückung ihre volle Aufmerksamkeit schenken? Dann solltest du unbedingt weiterschauen, denn in diesem Video verrate ich dir meine 5 besten Tipps für einen hinreißenden Schreibstil. Viele der Tipps kannst du auf der Stelle anwenden und deinen Schreibstil sofort auf das nächsthöhere Level befördern. Hast du einen Text, an dem du gerade arbeitest? Dann hol ihn hervor und überprüfe ihn auf etwaige Fehler und baue das heute Gelernte auf der Stelle ein. Und damit herzlich willkommen bei Shry! Falls dir dieses Video gefällt, mach mir eine Freude und gib dem Ganzen ein Like und kommentiere unter dem Video. Falls du neu auf diesem Kanal bist, abonniere ihn ohne Wenn und Aber, denn auch dein Studium können wir gemeinsam auf das nächste Level heben. Jetzt aber schnell zum heutigen Inhalt. Warum solltest du die Mühe machen und deinen Schreibstil verbessern? Diese eine Abschlussarbeit kannst du schließlich auch zum Ghostwriter schicken und dann wirst du es nie wieder mit anspruchsvollen Texten zu tun haben. Bist du dir da wirklich sicher? Egal welches Berufsfeld, solange du ein Angestellter, Selbstständiger oder Freiberuflicher Wissensarbeiter bist, schreiben musst du immer. Wenn du es also schaffen kannst, während deines Studiums deinen Schreibstil im Rahmen wissenschaftlicher Arbeiten zu perfektionieren, wirst du im späteren Berufsleben keine bösen Überraschungen mehr erleben. Im Gegenteil, mit einem starken Ausdrucksvermögen wirst du nicht nur potenzielle Arbeitgeber von dir überzeugen können, sondern auch Kunden, Kollegen und Kritiker beeindrucken können. Doch zu einem unwiderstehlichen Schreibstil ist es ein weiter Weg. Ich zeige dir 5 Schritte, die du auf der Stelle gehen kannst, um ab sofort deinen Schreibstil zu verbessern. Tipp Nummer 1. Mache das Lesen zu deiner Gewohnheit. Wer schreiben will, muss lesen. Wenn dir also wirklich etwas daran liegt, deine sprachliche Ausdrucksfähigkeit langfristig zu vervollkommenen, dann arbeite an deiner Wissensbasis. Diese kannst du ausbauen, indem du so viel hochwertiges Wissen wie nur möglich aufsaugst. Bei der Auswahl deiner Texte sollte ein gewisser Anteil deines Lese-Inputs dem gewünschten Output entsprechen. Möchtest du deinen Schreibstil verbessern in Bezug auf wissenschaftliches Arbeiten, dann solltest du zu hochwertigen wissenschaftlichen Quellen greifen. Für bewundernswerte Bewerbungen hilft dagegen das Lesen anderer exzellenter Bewerbungen. Übertreibe es jedoch nicht, damit der Spaß am Lesen nicht verloren geht. Lies zur Abwechslung zusätzlich Literatur oder Artikel aus Bereichen, für die du eine Leidenschaft hegst. Ob es nun Liebesromane oder Science-Fiction-Bücher sind. Doch wie kannst du in einem Alltag, der bereits aus allen Nähten platzt, noch Zeit zum Lesen finden? Indem du das Lesen zu deiner Gewohnheit machst. Eine halbe Stunde nach dem Aufstehen, jeden Tag. Oder 30 Minuten vor dem Schlafen gehen, jeden Tag. Selbst wenn du nur 30 Seiten eines Buches am Tag liest, hast du nach zwei Wochen ein ganzes Buch verschlungen. Pro Jahr sind das schon 26 Bücher. Gar nicht mal so schlecht. Doch nur Lesen allein verbessert den Schreibstil noch nicht. Wir müssen also eine gewisse Analysekomponente hinzufügen. Tipp Nummer 2 Sammle Fremdwörter Während du liest, solltest du auf der einen Seite den Inhalt genießen und verinnerlichen. Auf der anderen Seite ist es wichtig, ein Bewusstsein für die Sprache zu entwickeln und besonders hervorstechende Ausdrücke für immer in deinen eigenen Wortschatz zu integrieren. Wenn du also mit einem Kindle liest, dann markiere alle Fremdwörter, deren Bedeutung du nicht kennst, sowie alle Ausdrücke, Metaphern und sprachliche Highlights, die deiner Meinung nach bereichernd sein könnten. Die Textstellen werden automatisch in deinem Kindle gespeichert und in einem Dokument gesammelt. Falls du lieber auf deinem Laptop, Tablet oder in einem gedruckten Buch aus Papier, ja, so etwas gibt es noch, liest, dann überlege dir eine eigene Methode, wie du die sprachlichen Schätze sammelst. Lege dir zum Beispiel ein Notizbuch oder eine digitale Notiz an, in dem du all diese Dinge aufschreibst. Egal in welcher Form. Dieses Dokument ist ab sofort dein wertvollster Wortschatz. Wenn du nun also in eine Phase der Textproduktion kommst und Ideen und Ausdrücke zum Schreiben benötigst, kannst du das Dokument hervorholen und dich der großartigen Sammlung bedienen. Dabei solltest du natürlich nicht kopieren, sondern dich von anderen talentierten Autoren bei der Verbesserung deines eigenen Schreibstils lediglich inspirieren lassen. Tipp Nummer 3 Vermeide häufige Fehler beim Schreiben Um deinen Stil verbessern zu können, müssen die Grundvoraussetzungen für makellose Texte selbstverständlich erfüllt sein. Und das bedeutet, dass deine Texte möglichst fehlerfrei daherkommen. Fehler sind völlig normal und ein hervorragender Text wird durch einen simplen Tippfehler nicht an Qualität einbüßen. Grobe Schnitzer und offensichtliche grammatikalische Unzulänglichkeiten sollten jedoch tunlichst vermieden werden. Eine wunderbare erste Instanz für das Entdecken simpler Fehler bietet Word. Einfach die Fehlerkorrektur anschmeißen und alle unterstrichenen Ausdrücke auf Herz und Nieren überprüfen. Wenn du einen Text mal zu einem Lektorat gibst oder jemanden korrigieren lässt, dann bitte darum, die Fehler zu markieren oder im Überarbeitungsmodus zu beheben. So kannst du alle Fehler und Ungereimtheiten nachverfolgen und in dein Wortschatzdokument mit aufnehmen. Tipp Nummer 4 Verwende Synonyme Bist du mit deinem ersten Entwurf fertig und dein Wortschatzdokument gibt keine weiteren Ideen mehr her, dann ist es Zeit für die Geheimwaffe eines außergewöhnlich guten Schreibstils. Synonyme Picke dir Wörter aus deinem Text heraus, die deiner Meinung nach eher langweilig daherkommen und eine kreative Note vertragen könnten. Such nach Synonymen und suche dir eine wohlklingende Alternative aus. Ich verwende zum Suchen von Synonymen meistens Voxikon. Oft sind Synonyme auch gleichzeitig Magic Words, die einem Text eine besondere Note verleihen. Magisch klingende Wörter an der richtigen Stelle und gut dosiert machen deinen Text zu einem genussvoll zu lesenden Meisterstück. Besonders im Titel deiner Texte sind sie Gold wert. Schau hierzu auch meine Anleitung zum Formulieren eines magnetisierenden Titels. Hier oben rechts. Für den Titel dieses Videos war ich beispielsweise auf der Suche nach einem Magic Word und habe mich für ausdrucksstark entschieden. So entstand ein weitaus attraktiverer Titel als 5 tolle Tipps für gute Texte. Mache dich außerdem auf die Suche nach Wörtern, die sich in deinem Text häufig wiederholen. Suche dementsprechend Synonyme und setze sie ein, um größtmögliche Abwechslung zu erzeugen. So wird sich dein Schreibstil verbessern, ohne dass du viel dafür tun musst. Tipp Nummer 5 Pimp your grammar Der letzte Tipp richtet sich vor allem an das Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten. Genauer genommen sind es drei Tipps, mit denen du die Qualität deiner Texte auf grammatikalischer Ebene auf der Stelle signifikant anheben kannst. 1. Schreibe im Passiv Diesen Tipp habe ich schon des Öfteren zum Besten gegeben und es ist nach wie vor der hilfreichste von allen. Wenn du möchtest, dass deine wissenschaftliche Arbeit einen objektiven Charakter erhält und das sollte sie, dann wandle alle aktiven Sätze in Passive um. Hier ein Beispiel. See what I did there? Ich habe den Satz nicht nur ins Passiv umgeformt, sondern die graue Maus, wichtig, in ein Magic Word. Hier maßgeblich verwandelt. 2. Vermeide das. Nebensätze. Nebensätze, die mit das eingeleitet werden, sind grammatikalisch nicht falsch. Stilistisch jedoch unschön, wenn sie zu häufig auftreten. Eine mögliche Alternative bietet der Konjunktiv. Hier ein Beispiel. By the way, ich hafte nicht für die inhaltliche Richtigkeit dieser an den Haaren herbeigezogenen Aussagen. 3. Streiche jedes Mann aus deinem Tisch. Einen noch unschöneren Stilbruch als zu viele Das-Sätze ist die Verwendung von Mann in wissenschaftlichen Texten. Dieses kleine Wörtchen hat dort aber mal gar nichts zu suchen. Hier nochmal ein Negativbeispiel, wie man seinen Schreibstil verbessern kann. Ähm, ja. Das sollte schon reichen. Bonus-Tipp Der letzte Tipp ist zwar offensichtlich, jedoch ist es absolut wichtig, es noch einmal zu betonen. Je mehr du schreibst, desto besser wirst du. Wie mit allen im Leben, macht Übung auf den Meister. Schreibe also so viel und so oft es geht und hole dir Feedback ein. Dieses setzt du um und wirst jedes Mal ein kleines bisschen besser. Wenn es um die Uni geht, dann nimm jede Gelegenheit wahr, eine Hausarbeit zu schreiben. Auch wenn eine Klausur oder andere Leistung nach weniger Arbeit aussieht. Am Ende deines Studiums musst du eine Abschlussarbeit schreiben. Je öfter du das wissenschaftliche Schreiben in Hausarbeiten üben kannst, desto besser werden dein Schreibstil, deine Fähigkeiten und deine Note sein. Falls dir dieses Video zugesagt hat, sende doch ein Like und einen Kommentar in meine Richtung. Ich würde mich massiv darüber freuen. Klicke außerdem auf den roten Button mit der Aufschrift Abonnieren und aktiviere die kleine Glocke, damit du von nun an keines meiner Videos mehr verpasst. Jetzt aber viel Vergnügen beim Rumknutschen mit der Muse. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.